Dein Geierland, wo es auch sei, geliebtes Heimatland, ich treib dir frei. So, da bin ich wieder. Jetzt muss ich aber gleich was trinken. Nein, wie der tanzt, da bleibt einem ja die Luft weg. Wir sind hierher gekommen, damit du etwas gegen deine Mäste sicher Bescheid. Also lass doch mal vernünftig mit dir reden. Ich helfe dir doch dabei. Lieber mich. Sag's, sonst passiert was. So, Seferl, jetzt muss ich gehen. Das war's. Was? Das war alles? Hast du wohl Angst, dass dir der Sixt die Gretel ausspannt, he? Blöder Hund. Passt ihm was nicht. Verschiedenes, zum Beispiel ihr Benehmen. Was will ich? Lassen erst Leute weg sein. Verfluch, Grenzer. Entdeck mit dem Zeug. Wohin? Die Gretel衣 Wo doch alle anderen glauben, dass ich, der Forstmeister Aiblinger, der 30 Jahre an seine Pflicht getan hat, ein Mörder bin, ein ganz gemeiner Mörder. Und die Pistole, aus der er geschossen wurde? Überhaupt, was haben Sie mit der Sache zu tun? Ich weiß, wer es wirklich war. Wenn ich ein Wildtipp bin, dann bist du ein Hirsch. Ich bin sehr froh, dass ich mich getäuscht habe. Ich habe mich doch getäuscht. Und so hast du dich von ihm küssen lassen. Wie geht es dir da auch so durch und durch? Sie sind Szenen aus dem Film Jägerblut. Ich bin sehr froh, dass ich mich mit der Sache zu verhalten habe. Ich bin sehr froh, dass es ein Haarmatik, die ich mit der Sache zu verhalten habe.